Hallo, mein Name ist Rachana Wolf. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen über das Living-Touch-Massage-Training erzählen darf. Das Training leite ich mit meiner Freundin und Kollegin Virat Rodbo. Für uns beide ist es ein sehr großes Privileg, in der Form mit Menschen zu arbeiten. Dieses Training bedeutet für mich auch eine Schulung in Wahrnehmung und Intuition und in den Kontakt zu gehen mit anderen Menschen. Wir haben dieses Training in drei Module aufgebaut. Das ganzheitliche intuitive Massage ist das erste Modul. Das unterrichten wir zusammen und das ist ganz viel in die Kunst der Berührung zu gehen, Hände wahrnehmen, eine einfache Technik, was das Ganze verbindet und vor allem für uns beide ist ganz wichtig das Thema Stille und Meditation. Der zweite Modul ist die tiefe Bindegewebsmassage. Das ist Erdung, Kontakt zu sich selbst, eigenen Körper, eben tiefer in das Gewebe natürlich zu gehen. Virat Rodbo unterrichtet auch sehr viel von der Uta Yoga Massage in diesem Abschnitt und das letzte Modul ist die Lomi Lomi Massage. Energiefluss, Bewegung, Rhythmus und ein bisschen mehr das Feuer erwecken. So, das Training fängt im Oktober an und ich freue mich, dass ich das in das Uta Akademie hier in Köln leiten darf und ich freue mich, wenn jemand bei euch sich dafür interessiert. Natürlich Informationen könnt ihr unter die Webadresse finden und ich sage einfach Namaste für heute. Ciao, jetzt!